So, da bin ich auch schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich Order a Slurp Juice. Was müssen wir dafür machen? Richtig, Order heißt bestellen und Slurp Juice heißt halt einfach ein Getränk. Wo müssen wir da hin? Richtig, wir müssen hier einmal mit ihr reden, dann steht hier rechts, also die fragt uns halt, ob wir ihr helfen, ob sie uns helfen kann, mein Englisch ist very good. Und so, wenn wir den Trink haben wollen, dann einfach den Trink nehmen und schon haben wir das Ganze abgeschlossen. Wir gehen gerade zur Tafel, ihr seht es, da ist jetzt auch abgeschlossen. Die anderen Aufgaben werde ich für euch natürlich auch noch zeigen und in dem Sinne würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo da lassen. Ich weiß noch nicht, ob wir die Aufgaben wirklich brauchen, aber falls ihr danach sucht, hier ist die Lösung. Und was das betrifft mit dem Kreativzentrum, wann die Aufgabe wieder fertig ist, ich bin dran. Wir gucken alle zusammen. Ich glaube, jeder guckt derzeit auf den anderen, wenn wir eine Lösung haben. Ich werde es natürlich auch hochladen und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal.